schlimmer geht immer und damit willkommen zu einer folge clash of clans mit mir dem torsten ja schlimmer geht immer oder schlimmer geht's nimmer ich weiß nicht was gestern abend los war aber es war unterirdisch oder episch schlecht oder episch episch gefällt oder so aber es war wirklich nicht mein abend ich weiß auch nicht ob es nicht der fluch der mütze war kann auch sein die ganze zeit wo ich diese mütze auf hatte habe ich wirklich nicht gut angegriffen vielleicht hat sie mir auch ein bisschen abgelenkt oder so keine ahnung aber ich habe gestern ohne ende einsteller hingelegt und zwar gerade dann wenn du sie nicht brauchst gerade dann wenn du immer schön zwei sterne brauchst damit du immer so ein bisschen dranbleibst habe ich hier die one stars raus und zwar erst mal mit toto hier den monster dann mit schief barfuß den monster und jetzt muss ich gucken es waren eigentlich drei woche und one stars ich glaube ja hier unten auch der ist allerdings dann noch gedreht worden auf die 30 mit chef koch habe ich dort auch einen monster hingelegt aber es geht noch schlimmer leute es geht noch schlimmer und zwar der angevier auf die nummer auf die nummer 6 der hat mich auch so aufgeregt also gilt ich weiß nicht was gestern abend los war eigentlich bin ich nicht so ich bin eigentlich so ganz relativ ruhiger typ und mich bringt eigentlich wenig aus der ruhe aber das hat mich gestern wirklich gewurmt muss ich sagen und auch hier habe ich gedacht was geht hier eigentlich was geht hier eigentlich der worten ich wusste nicht was mit dem los ist jedoch ich habe ich habe wirklich bildlich gesagt nutzt den nutzen entfernen doch ja geh noch näher ran nicht dass der heiß ist nein und und ich meine frost ist natürlich wirklich toll tolles pet muss ich sagen trotzdem der ersten nur auf 1 ist ich schaffe es einfach nicht die pc zu level ja geh ruhig noch näher ran worden dann wirst du auf jeden fall weggebraten und auch im weiteren verlauf lief dieser angriff nicht so wie ich eigentlich wollte überhaupt nicht wie ich wollte hatte ich dann noch die mütze auf oder hatte ich die mütze schon ab ich weiß es gar nicht duft die mutze irgendwann mal absetzen bedanke auch noch mal und noch mal vielen dank für den support gestern abend hat mich wirklich gefreut muss ich sagen jetzt muss ich mal gucken was ich eigentlich verbrochen habe kriege ich noch morgen vielleicht richtung monolith rein aber ich habe kein gift zauber dabei in dieser armee mit den e titan braucht man den nicht wirklich also auch nicht gegen die luftruppen das ist alles nicht so tragisch und ich habe ich habe wirklich geflucht ja geht ruhig außenrum geht alles geht alle außenrum alles gut na es kann nur noch schlimmer werden und und es wurde noch schlimmer vor allen dingen richtung endlich obwohl es drei sterne wurden ich weiß auch nicht mehr wie das drei sterne werden konnten aber sind nur drei sterne geworden nur echte katastrophe eine echte katastrophe hier zweiten sprung habe ich natürlich leider nicht dabei deswegen komme ich auch jetzt nicht an den an den an den an das ketter schon dran unten ist noch meine queen ja und dann und vor allen dingen auch da habe ich geflucht leute das könnt ihr euch nicht vorstellen weil ich gesagt habe ja queen mach ich das rathaus nein mache alles aber nicht das rathaus mache alles mag jedes lager und ja machst du alle weg muss alles muss ja alles weg gehen auch das da unten natürlich ja kein thema aber da waren meine truppen hier schon am rathaus und die queen hilft da noch ein bisschen mit natürlich in der riesenbombe und sich bei karlsauber noch mal drauf noch eine riesenbombe wunderbar doch eine riesenbombe ja können da nicht genug sein und die nahe auch noch gefunden aber ihr seht schon danach war das eigentlich gegessen hier vor allen dingen mit den heilern in mit den titanien und die heile auf die titanien obwohl jetzt auch meine vorletzte heilerin auch noch gestorben ist beziehungsweise den virtuellen den virtuellen tod ereilt hat und jetzt sind sie alle weg aber ist nicht so tragisch das hat ja noch funktioniert das hat ja noch funktioniert aber ich glaube da hatte ich die mütze schon auf ich glaube da hatte ich die mütze schon auf wir gucken wir gucken einfach so ein bisschen weiter hier der team r11 auf den nun leid hier vom klaren tut im drei die kollegen von tut im drei haben das übrigens nicht schlecht gemacht die haben das eigentlich so gemacht wie ich das eigentlich gerne auch hier im clan hätte ich weiß nur noch nicht wie ich es umsetzen soll denn die haben von unten nach oben angegriffen das heißt die unteren haben bei uns oben zwei sterne gemacht relativ solide zwei sterne blieben drachen wie auch immer und die oberen handeln im unteren bereich bei uns gedreiert gar nicht mal so schlecht die taktik würde ich mir vor allen dingen für diesen klaren krieg jetzt auch wünschen euch selbst selbst ich habe schon keine ahnung mehr oder habe weiß eigentlich nicht wie ich wie ich da vorgehe vor allem mit den etwas kleineren accounts klar blimp drachen aber du musst auch die prozente holen ja wenn ich jetzt also mit 13 oder mit einem frischen zwölfer auf 15 ag dann kriege ich das rathaus ja irgendwie krisis rathaus mit der blimp schleich ist drin egal aber danach muss sie auch noch die restlichen was weiß ich 30 prozent irgendwo rauskitzeln und die dev ist ja noch nicht genervt die dev wird ein bisschen genervt sicherlich irgendwie aber das ganze ist ja noch im kommen und denn wir haben ja gestern auch so ein bisschen rathaus 16 besprochen gestern kam er der erste sneak unter umständen kommt heute neue oder kommt noch heute wieder ein sneak den ich euch dann wahrscheinlich das diskutieren wir gerne wieder im livestream mit mit euch rüber oder oder so wie wir es gestern gemacht haben gestern aber mal so ein kleines reakt auf das video macht weil das offizielle video natürlich irgendwo nur so ein rathaus 16 er gab aber bei einem kollegen geht so wird das ganze ein bisschen erklärt und haben bis darüber diskutiert fand ich eigentlich auch super mal so ein bisschen abwechslung rein zu rein zu bekommen in in die streams noch mal so ein bisschen über andere sachen einfach nur diskutiert oder einfach nur redet finde ich das schon ganz gut und schöner angriff auf jeden fall hier von tim aber ja geht es noch schlechter ich weiß ich wusste ich wusste gestern echt nicht ob es noch schlechter geht aber ich glaube es geht noch schlechter nur wie schlecht das zeige ich euch wie schlecht es noch gehen kann okay dafür muss jetzt in den neuen klaren krieg reingehen dafür müssen muss ich jetzt in den neuen klaren krieg reingehen denn ich habe gedacht ich wähle nur so hart aber nein der gegner fällt auch sehr sehr hart der gegner fällt auch sehr sehr hart die nummer 1 hier auf den kronen der lief gerade vor so ein paar minuten warte das könnte sehen das könnte er sehen der lief gerade vor ein paar minuten den habe ich mir auch live angeguckt ja vor zwölf minuten lief der und okay ich habe gedacht da sehe ich mich da sehe ich mich ganz klar da sehe ich mich okay ihr seht ihr seht ihr seht die base hier ihr seht die base hier und hier unten geht es los mit einem krippin war oder charge ich weiß ich wusste jetzt nicht mehr genau was es eigentlich darstellen soll aber es soll wohl hier irgendwas mit einer queen sein und mit heilern okay die heile werden gleich immer schön weg gepustet da unten das jete versucht jetzt so ein bisschen den fahne herzustellen hier habe ich eigentlich gedacht okay kriegt auch kriegt auch wahrscheinlich irgendwie durch fließt auf den single weil die queen macht ja erstmals lage aber nein er verliert hier die ability der queen und hat es jetzt zwar noch gut gehabt andersrum wäre sicherlich sinnvoller gewesen die gegnerische queen oder die 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 dev queen ball hat jetzt auch aber jetzt werden immer schön die heiler weggeschoben und der nächste multi und der nächste hält auch nächster zauber hier auch da habe ich gedacht okay queen hat er jetzt verloren wie macht er jetzt weiter wie macht man dann weiter leute ja er kommt also erstmal mit den dicken der natürlich mehr trefferpunkte wegen dem golem kostüm das stimmt natürlich nicht aber hat hat man ja eigentlich immer so den 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 gedanken und jetzt habe ich eben gedacht okay wenn er jetzt gleich zurückgeht dann holt er sich auf jeden fall das rathaus nein holt er sich nicht denn jetzt kommen die klaren buch truppen raus und da kommen boden truppen raus und um die kümmert sich der king erst mal da geht erstmal nichts aufs rathaus na der geht gar nichts aufs rathaus da kommen dann auch noch ein paar super minions raus der roll champion hier wird vor lauter verzweiflung auch geschickt und auch die vielen vielen bogenschützen aber die haben jetzt auch nicht viel treffer punkte die müssen erst mal das ganze rathaus herunter ballern guck mal wie viel treffer das noch hat ja und auch und auch frau und und auch die beiden pecker damen gehen schön ums rathaus rum wunderbar die machen nämlich die kleinen skelette beziehungsweise machen hier doch das sind die kleinen skelette oder bogenschützen die machen alles nur nicht das rathaus ja und das wird auch wieder schön repariert hier wunderbar da ist der bauarbeiter am start ja und so bleiben dass die 38 prozent er versucht jetzt war glaube ich gleich noch in seiner verzweiflung die irgendwo den 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 skelett sauber zu setzen aber der bringt sein und gar nicht da da kommt er jetzt ja naja da habe ich schon gedacht okay toto ist ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm was du angestellt hast weil andere können es auch andere können es auch die können genauso schön episch fehlen okay aber ich zeige euch dass es noch immer gehen kann und dazu gehen wir einmal auf den toto hier denn der toto ihr seht das hat gar keine 1 mehr weil der tote spektäter also ich bin nur noch kriegszuschauer ich habe mich austauschen lassen besser ist es weil ich habe glaube ich gestern die liga versaut hier mit meiner null nummer die muss ich mir auch einfach nochmal angucken auch 38 ja auch 38 prozent irgendwie der fluch der 38 prozent ich gehe noch mal rein für euch leute damit ihr seht dass ich nicht unecht fluche beziehungsweise unecht fehle oder gefällt habe sondern es war echt es war live und ich glaube es war mit der roten mütze ich glaube es war mit der roten mütze ja ich möchte das eigentlich und dokumentiert stehen lassen ich möchte das nicht noch mal dokumentiert ich möchte das eigentlich nicht noch mal dokumentieren ich weiß auch gar nicht warum warum das nicht funktioniert hat ich weiß auch nicht warum das nicht funktioniert hat ich habe es rathaus nicht gekriegt leute ich habe es rathaus nicht gekriegt ich meine klar bei 38 prozent hast es rathaus nicht bekommen naja auf jeden fall ja nochmals zurück zu gestern abend also das rathaus 16 ist incoming also dauert jetzt wirklich nicht mehr lange und ich muss sagen es ist schön es ist wirklich vom design her sehr sehr schön dieses dieses natur dingen da in den in den farben und im design passt auch vor allen dingen super zur neuen szenerie also zu dieser weihnachtsszenerie farblich und ja ich bin gespannt ob ob es auch das hält was es verspricht es war ja in den videos dann auch zu sehen dass die baracken auch hochgehen das heißt es wird auf jeden fall irgendwo eine neue truppe geben das pet haus wird gelevelt das heißt womöglich kommt ferdi fuchs hieß es dann ja mal gucken ob ferdi fuchs dann wirklich kommt aber ja was woran hat es gelegen oder gehen außenrum klar die lager da hinten nicht geklärt und brauchen auch viel zu lange jetzt gehen sie da außen rum ich habe auch kein hier in der mitte kein einzigen in der mitte ich habe auch kein warum habe ich eigentlich keinen hat hatte ich ein gift dabei ich glaube ich hatte auch kein gift dabei das heißt die die minions hier konnten richtig schön alles alles abwerfen da und die zaubertürmer also die die beiden gift zaubertürmer haben dann mit den rest gegeben hatte ich kein ich hatte wieder kein gift dabei okay warum hatte ich kein gift dabei ihr seht das da nicht ich hatte ich glaube ich hatte gar kein gift dabei ich habe nur ein zauber in der clan burg und ja das ist natürlich ein bisschen doof gewesen okay aber es geht ihr seht es geht schlimmer und ich habe mich erst mal austauschen lassen ich glaube das war das war nicht schlechten vor allen dingen der der krieg wir hatten mehr drei sterne als der gegner ja und auch die gleiche anzahl an ein sterne aber mein null sterne hat natürlich jetzt rein gehauen und ich meine wenn ich zwei geholt hätte wären es 28 31 31 gewesen aber ich denke die liga ist für uns verloren die liga ist wahrscheinlich verloren für uns wir müssen dann von meister 1 wieder hoch nach champion ist so ist so wir hatten auch in den ersten spielen wieder zu viel einsterner und auch gestern hieß es dann in den im live stream dass womöglich wir leute natürlich dabei haben die den ganzen monat nicht klatschen und dann nur zur liga da sind ich meine ich klische wenigstens so ein bisschen und bin ich nur zur liga da aber wirklich gut ist das was ich abgeliefert habe nicht wirklich wir gucken was der nachtschatnier gemacht hat auch so eine ganz ganz ähnliche base mit was mit barbaren ok mit barbaren ja und zu den kosten möchte ich mich jetzt noch gar nicht äußern also was das neue radhaus kostet die bauzeiten haben wir auf jeden fall mitbekommen werden nicht länger als 14 tage sein oder 15 tage oder 16 tage weiß ich gar nicht und also nicht wie vermutet dass irgendwas 21 tage dauert oder so nein alles andere wird dann auch wieder runtergedrückt an tagen und klar die kosten reduzieren sich natürlich allerdings wie lange soll man jetzt warten mit sein mit seinen vollen lagern ja also ich habe gestern ja reichlich gemacht auch mit noch anderen accounts hier und da was ausgebaut weil die pötte sind einfach voll und das gold und elex muss weg und warum soll ich da jetzt erst auf radhaus 16 warten bis die ganzen sachen alle billiger werden dann müsste ich mein tablet irgendwie einschließen jetzt in den schrank und dann erst wieder am rausholen wenn das radhaus 16 da ist das ist auf jeden fall auch nicht das maß der dinge also geben wir das lieber aus was jetzt da ist klar und vor allem jetzt ist hammer jam ist es noch hammer jam die sachen kosten halt nur ein bruchteil von dessen was wir eigentlich kosten klar die laufzeit ist natürlich die gleiche geblieben ok jetzt muss ich doch kurz mal kurz mal hatten weil mein ding wieder gebimmelt hat und deswegen wobei stehen geblieben ja die kosten haben sich reduziert bzw werden sich reduzieren und jetzt haben aber noch haben wir haben sowieso reduziert also ist es im momenten sehr sehr zwei 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 wie heißt es zweischneidiges schwert lasse ich die sachen stehen oder gehe ich oder und und warte jetzt auf radhaus 16 und dass die ganzen anderen sachen alle billiger werden und spiele den hammer jam jetzt nicht mehr weiter super cell hat das schon sehr sehr geschickt gemacht die ganzen sachen laufen jetzt auch aus das heißt also der lai kobold läuft aus hammer jam läuft auf dann kommt radhaus 16 aber das was auf jeden fall noch vom monat bleibt ist auf jeden fall richtig richtig viel pass und da habe ich heute auch mal durchgerechnet wenn ich jetzt aus der legende raus falle ich hoffe ich falle auch aus der legende passend raus ich habe ein bisschen sorge weil ich werde so gut wie gar nicht angegriffen und werde wahrscheinlich jetzt mein heimatdorf hier mein mein feckdorf irgendwie reinstellen dass ich pokale verliere weil wie gesagt ich werde kaum angegriffen mache ein angriff pro tag so wie ich so wie ich es gestern gemacht habe dass ich wenigstens die 60 punkte in den pass rein spiele pro tag nur ist es da so dass ich echt sorge habe dass ich nicht rauskomme viele bleiben in der legende viele bleiben einfach eine legende und machen das mit ihren acht angriffen das wollte ich eigentlich vermeiden aber okay es geht auf jeden fall noch schlimmer und ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben war es jetzt schlimm genug oder seht ihr euch da genauso wie ich oder war es der fluch der mütze ich weiß es nicht was war aber ich wollte das auf jeden fall für euch festhalten bevor wieder irgendwelche wiederholungen kommen nicht wiederholung kommen wartungsarbeiten kommen und ich kann euch die wiederholung nicht zeigen ich meine klar kann ich euch zeigen natürlich kann ich kann ich euch das zeigen dass hier irgendwo so eine nullnummer gemacht wurde natürlich kann ich euch das zeigen da ist es ja tolle wurst könnte euch dran ergötzen wenn euch das wie gefallen hat dann lasst mir einfach ein daumen nach oben da abonniere nicht vergessen am kanal dran bleiben und auch bitte bei twitch punkte tv schräger toto clash follow da lassen glocke stellen kostet nix seid ihr bei mir in den live scenes bitte dabei vielen dank für eure aufmerksamkeit und noch einen schönen tag euer toto tags dessen und und Bis zum nächsten Mal.